Sie sehen so hell aus. Ich weiß. Nein. Nein! Das hast du davon. Mann! Von deinen drapierten Kissen. Ich hab extra meine Kissen zu. Kein Schwanz jucken, diese Scheißkissen, Mann. Der Akku ist leer, der blinkt schon. Ich hab den. Ich hab den. Herzlich willkommen, meine lieben Wirbel. Geht schon los? Ich hab grad dumm geguckt. Du guckst immer dumm. Noch einmal herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Make-up-Fails Nummer 4 mittlerweile. Wer hat's erfunden? Ich weiß auch. Diesmal. Voll der Mitleidslaser habt ihr gehört so. Make-up-Fails nachschminken Nummer 4 diesmal mit André. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass nicht nur ich geschminkt werde, sondern auch er. Er schminkt mich und ich schminke ihn. Und zwar gleichzeitig. Alrighty. So, ihr kriegt die auch hier eingeblendet, Freunde. Das ist das Erste. Das ist schon mal crazy. Das ist das Zweite. Zeig nochmal. Und du darfst nicht vergessen, du darfst nicht nur das Farbige, du musst ja auch die Grundierung, die Schatten, zum Beispiel, dass es hier hell ist, die Nase hier an der Seite braun, das braun. Das muss alles. Du willst ja keinen Amateur, ich bin Megan Mephissi-Kenn. Was? War das falsch? Der heißt Marvin Magnificent, heißt der. Den finde ich aber zum Beispiel gut, weil der kann ja auch was. Der ist ja auch krass bei dem, was er macht. Aber sowas, Freunde, ja. Dann lasse ich das Handy hier so, dann kannst du immer wieder drauf gucken. Ich hole mal eins schnell. Ich glaube, das ist besser. Während André sein Handy holt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute, damit es einen zweiten Teil gibt. Vielleicht dann mit jemand anderem oder wieder mit André, wenn ihr wollt. Du warst aber schnell. Weil ich ja fleißig Daumen gegeben habe, Freunde, ich habe es gesehen. Wir fangen an, Freunde. So. Was brauchst du denn? So, sowas in braun. Das sieht man ja gar nicht. Können wir dich um deine Sachen. Okay, okay, okay. Sollst du mir dich ins Auge stechen hier nebenbei? Das ist Sabotage. Du stichst mir die ganze Zeit ins Auge. Das ist ja auch so nah da drauf. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Sorry, Mann, das ist so. Das muss man so machen, das Concealer. Finde ich schon mal gut, meine Basis, Freunde. Ein bisschen Feintuning. Ich spüre das Feintuning bei dir wirklich. Ganz weit schon. Ich spüre richtig, wie falsch das ist, was du gerade gemacht hast. Aber gut. Nein. Doch. Ich spüre mal deine Birne zu mir. Ja, okay, okay. Welche Seite bei der Birne? Die gerade angucken einfach, ja. Liebe Frauenwelt da draußen, wenn ihr euch schminkt, also das ist jetzt nur meine Meinung, oder so, aber ich finde es viel schöner, wenn man gar nicht viel drauf hat. Weil manchmal fühle ich mich einfach wie, als wenn mein Gesicht einfach nur ein Geschwür ist. Und dann muss ich was draufpumpen. Jetzt gerade vielleicht. Du bist aber so süß. Du bist aber so süß. Okay. Okay. Ich würde es so lassen. Echt? Echt? Ja. Du musst doch deine Lippen machen. Oh Gott, muss das sein? Ja. Lippenstift mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Das Beste ist, ihr habt doch noch einen Lipgloss drauf. Das macht dir Spaß, ne? Das bringt dir Freude. Nicht wundern, wenn es kribbelt, dafür ist dein Lipgloss da, damit die Lippen dick werden. Ja, also ich bin fertig. Du? Ich bin auch fertig. Das Reden ist so eklig. So Freunde, wir haben wirklich die ganze Zeit jetzt noch nicht geguckt, wie wir ausschauen. Oh Gott. So, als erstes, ich zeige dir jetzt nochmal meinen Wildbräuner, dass der Typ eigentlich so eklig. Ja. Okay. So sah mein Wild aus. Okay. Du darfst in den Schwiegel gucken. Aber ist doch nicht schlecht, oder? Oh mein Gott, das ist wirklich gut. Oh nein, das ist gut. Ja, das ist so frisch auf einmal auf den Lippen, wie als ob man Zähne geputzt hat. Ja. Ich will gar nicht rein. Diese Lippen. Ihhh. Das ist voll sexy. Ich würde sagen, ihr entscheidet, wer gewonnen hat. Du kannst dir unten zwei Kommentare schreiben. Mit André war besser, Regina war besser. Genau. Und dann rank mal die Kommentare hoch, wer gewonnen hat. Dann sehen wir das. Genau. Und dann gibt es irgendwann ein Rematch. Liebe Freunde. Ich will mir das Gesicht waschen, denn nicht gerade, ey. Okay, dann machen wir das jetzt. Leute, wir haben noch ein Video für ApeCramTV gedreht. Das Video kam gerade auch online. Schaut unten in der Infobox, da findet ihr den Link. Wir sehen uns beim nächsten Video. Freunde, ich komme erst wieder weit, weil das ist voll die Demütigung als Kerl. 15.000. 15.000 Schnuggis. 15.000 Schnuggis. Das geht nie wieder weg. Jetzt sieht das noch schlimmer aus, Alter. Guck mal, ich sehe aus wie so ein Joker. Hallo Kinder. Ja. Oh Gott, okay, okay. Ich glaube das reicht für euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Peace.